hallo meine lieben willkommen zu einem neuen video heute möchte ich mal mit euch ein paar eierkuchen backen das geht jetzt eigentlich ganz einfach und schnell ihr braucht 500 ml milch 3 eier 250 gramm mehl eine messerspitze backpulver und eine prise salz und das verrührt ihr jetzt einfach nur noch so und schon habt ihr den teig fertig den lasst ihr jetzt noch einige zeit lang stehen dann erhitzt ihr etwas öl in der pfanne und füllt den teig dann in die pfanne und dann lasst ihr den eierkuchen von beiden seiten hier goldbraun anbraten so damit sind unsere eierkuchen fertig zu den eierkuchen könnt ihr meinen leckeren apfelmus den ihr auch selber machen könnt könnt ihr dann dazu machen dazu habe ich schon mal ein video gemacht das verlinke ich euch am ende des videos und ihr findet es auch noch mal in meiner video beschreibung beides zusammen schmeckt hervorragend also probiert es mal aus macht es mal nach tschüss